Titanic, eine der wirklich grandiosen Schöpfungen des deutschen Filmes. Die frevelhafte Jagd nach einem Rekord, getrieben von Leidenschaft und Liebe, fand mit dem Untergang der Titanic ihr tragisches Ende in den eisigen Fluten des Ozeans. Stellen Sie sich vor, man hat aus der Kabine von Astor eine Schmuckassette gestohlen. Was suchen Sie denn da? Du kennst nur dein Geld und weiter nichts. Und mit Recht. Das Geld ist der einzige Wert, an den ich glaube. Also je höher die Geschwindigkeit Ihres Schiffes, umso höher Ihre Prämie. Der Kapitän, es liegen mehrere Warnungen über Treibeisgefahr vor. Es sind auch Eisberge gemeldet. So, welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Ich habe den Kurs entsprechend geändert und die Geschwindigkeit darauf setzen lassen. Warum denn? Ja, was ist der Einbruch? Sämtliche Passagiere gehen mit angelegten Schwimmwesten an Deck. Sagen Sie, es sei ein Manöver. Meine Damen und Herren, die Schiffsleitung hat ein Bootsmanöver angeordnet. Ich bitte Sie, die Schwimmwesten anzulegen. Die Titanic sinkt. Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Aber wir haben noch Rettungsboote. Die Rettungsboote reichen bestenfalls aus für den dritten Teil der Passagiere. Rette sich, wer kann! Titanic ist der Film mit der großen Starbesetzung und tausenden von Mitwirkenden. In den letzten Kriegsjahren fertiggestellt, wird er jetzt erstmalig in Deutschland gezeigt. Die Katastrophe der Titanic ist das atemberaubende Erlebnis und der dramatische Höhepunkt dieses Filmes. Musik Musik